Ja, ne super Lobby. Na immerhin ist hier was. Da wird auf jeden Fall auch ordentlich die Party abgehen, das ist euch hoffentlich allen bewusst, ne? Und die Party geht ab. Oh nein, ich sag, hey, ab in den Süd. Brauchen wir überhaupt ne Platte oder ist die nur optional jetzt hier? Ah, sicher. Die ersten Schüsse aufgehalten. Rechts oben, hinter uns könnte noch sein, oben. Ich bin gleich mal. Bin es leid zu raten. Hier, rechts von uns. Beim Flugzeug. Oh, welcher Dulfberg guckt nach links? Ich. Direkt vor uns. Direkt. Ja, ja, Jumps Shot. Dreimal gehittet. Die Ort. Zwei tot, ne? Müssten drei sein, oder? Ach, einer und Markus. Ich hab jetzt hier nicht so viel zu melden, leider. Einer kommt links gepusht. Ne, der ist nach hinten gegangen. Nein. Einer ist vor uns beim Stein. Ah, ja. Ah, und links von uns auch. Mal zurückziehen. Aber wie? Rechts jetzt hier mal langsam. Vor mir. Was? Direkt vor mir. Am Stein. Direkt der nächste Stein von mir. Direkt hier. Hase. Mhm. Irgendwer kommt auch rechts. Ja, ich bin gefickt. Ja, Maxi, ich bin richtig gefickt. Ich sterb jetzt. Ja, ich schau grad. Hase ist tot, Hase ist tot. Ja, ich bin tot. Direkt vor, direkt da ist ein MG. Direkt auf meinem Ping. Ja. Ja, direkt an dem Stein vor dir. Ah. Dass noch einer blitzt. Zwei Steine vor dir. Die gleiche Richtung. Zwei Steine vor dir. Guckt seinen Kopf. Ja, ja. Ich muss mal heilen. Hinter dir müsste auch noch einer sein. Aber weiß ich nicht sicher. Ja, an dem Stein, wo wir eben gerade waren, ist halt noch einer. Der hat noch das MG3, wenn du da Bock drauf hast. Ich weiß. Ah, scheiße. Granate. Zweck, Zweck. Ja, sitzt immer noch an dem Stein. Sisschen da? Nicht weit genug, oder? Ey, nicht weit genug. Der Stein weiter hinten. Da blitzt es vor dir. Links, 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 links. 165 circa. Wo? 165. Circa 150 oder 165. Da hat es gerade kurz geblitzt. Ja, ja. Am verbarrikadierten rechts davon. Aber ich weiß nicht genau, wo. Ich habe es nur gerade ganz kurz blitzen sehen. Außen. Bin mir eigentlich sicher, dass da was war. Ich bin mal. Ich habe hier angeblich. Ja, ja, sicher. Ich weiß nicht, aber ich dachte eigentlich, da blinkt wer. Na, da ist er noch. Ah, nee. Wo ist denn der? Den sehe ich nicht mehr. Oh, rechts. Rechts, rechts, rechts. Kommt auf Nordwest. Ja, habe ich gesehen. Oh. Oh. Da war böse. Ich wollte gerade sagen, du stehst offen, aber die Info brauchst du gar nicht. Nee, nee, nee. Warte, klotz mal nochmal da runter, bitte. Ja, ja, ich spring mal. Spring mal. Noch immer hier. Den einen Ping. Ich gehe mal einsammeln. Der war böse. Schwitzig, schwitzig. Boah, was hat denn der gehabt? ZL-86. Die waren alle gestackt. So, habe ich jetzt alle. Ich glaube, da hinten war noch einer, den ich gekillt habe. Hast du auch Milch und hast du auch Markus? Eingesammelt? Nee, euch noch nicht. Wir haben auch nicht so guten Stuff dabei. Kann auch gut sein, dass er unsere Jungs dabei hat. Also unsere Sachen. Ich glaube, die Schweizer hatten sich noch einer, den links nicht noch einer. Du bist dran vorbeigelogen. Hier, im Jahr. Er hat eine Maschine gewährt, der hat der andere schon eingebaut. Oh, Markus liegt kein Plan. Hier lag, glaube ich, keiner mehr. Du hast dich vor dir kommt dann Strahlung, ne? Mhm. Hier müssten wir irgendwo liegen. Naja. Naja, ist egal. Willst du da zum Fall bei Akkadierten gehen? Ja, mal schauen. Vielleicht gehe ich raus, damit ihr noch... Und der ATL, die M4... ... noch mal... ... zur Sicherheit... Ah, hier hinten... Okay. Hier bist du. Naja, das bin ich. Da haben wir mit einem Maschinengewehr aus 80 Meter Entfernung auch gekillt worden, ne? Ja. Gut, dann... Ich glaube, die habe ich alle gehabt. Und was? Wir haben 100 Meter zurückgelegt. Ich glaube, ich gehe heute auch einfach mit einer Nuller Überlebensrate raus. Ich glaube, ich muss halt einfach mit der Nuller Überlebensrate raus machen. Dann wird es halt einfach unter der Nuller-Taus. So, muss man alles rein kriegen. Das mal alles rein kriegen. Was ist das? Gigi Gigi